Ich freue mich, dass ich in die Ferien betreuen gehe. Weil ich würde da irgendwo hingehen und da kann man Fußball spielen und ich liebe Fußball. Ich freue mich auf die Herbstferien, weil ich da mit meiner Mutter und mit meinem Papa in einen Saalgarten gehe. Und ich freue mich darauf, weil ich ganz gut klettern kann und das macht bestimmt Spaß. Die Ferien bin ich mit meinem Bruder fließend gespielt. Danach werde ich noch draußen mit Oma spielen und danach riecht man das Haus ein bisschen mal und dann fertig. Ich freue mich, dass mein kleiner Bruder Geburtstag hat und mein Vater heute. Also ich freue mich, dass ich irgendwann ins Pipolino gehe und da spiele und da ist das schön. Und ich freue mich, weil meine Freundin und mein kleiner Bruder Geburtstag hat. Also ich gehe mit meinem Vater zusammen nach Legoland und meinem Bruder. Weil es Spaß macht, hatte ich dann, mussten wir nur noch die Hälfte bezahlen. Wir fliegen in die Türkei und dort haben wir viel Spaß. Und dort bleiben wir in einem Hotel. Ich freue mich auf die Ferien, weil ich mit meiner Oma Donnerstags in den Kinderhotel-Kochkurs gehe. Ich freue mich auf die Ferien.